Ein bisschen Klang ist nach Vorwurf. Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, ja schon wieder ein Short Setup, was nicht getriggert wird. Nein, nehmt das als eine positive Nachricht, denn solange die Short Setups, die möglichen Shorts, noch nicht getriggert werden, ist das ein Zeichen, dass man mit Long nicht ganz falsch liegen kann. Also seht es in diesem Sinne gar nicht als Nachteil. Wenn Ideen für die vielleicht falsche Richtung nicht getriggert werden, ist das sicherlich nicht schlimm für die jeweils andere Richtung. Tatsächlich ist der Kurs weiterhin auf dem Weg nach oben. Wir sehen, dass hier beim Nasdaq Future im Fünf-Minuten-Chart die Aufwärtsrichtung ist, die seit den letzten Tagen tatsächlich noch nach wie vor die gültige ist. Aktuell sind wir relativ hoch gelaufen. Der letzte Abend noch mal ein Schub nach oben und vielleicht ergibt sich da ein neuer noch mal Einstieg für die Long-Seite, nämlich wenn die Abwärtsseite hier nur wackelig korrektiv eben ist. Dann sind das eben noch mal Chancen, die Long-Seite mitzunehmen. Also abwarten, was jetzt vor dem Wochenende passiert. Möglicherweise Gewinnmitnahmen. Aktuell sieht es nicht so aus. Und das ist ein spannendes Zeichen, denn ihr könnt euch vorstellen, wenn die Marktteilnehmer nach diesem Gewinn der letzten Tage, wir können es uns noch mal angucken oder schauen, bis hier im Tags-Chart, wo die Woche angefangen hatte. Das ist der 23., 20. oder das war hier der 20. da. Und hier war der Wochenanfang. Aktuell stehen wir da. Insgesamt also eine positive Woche beim Nasdaq. Wenn die Marktteilnehmer jetzt heute gegen Tagesende keine Lust auf Gewinnmitnahmen haben, sprich nicht massiv als Verkäufer auftreten, sprich den Kurs nach unten drücken, dann ist es ein Zeichen, nö, nö, wir bleiben da lieber drin. Wir sehen, dass der Markt bessere Chancen hat, weiter zu steigen, als dass wir Angst haben, dass der Markt dreht. Also insofern ist das, was wir am Freitagen ganz gerne ablesen können aus der Geschichte, ist das Commitment. Nein, wir behalten die Risiken übers Wochenende, weil wir dem Markt noch mehr zutrauen. Ein gutes Zeichen. Oder fängt der Markt in den nächsten Stunden jetzt an zu drehen, weil man sagt, wir haben unseren Spaß gehabt. Die Woche war gut. Lieber sicherstellen, was wir haben. Denn die Gefahr ist groß, dass der Markt dreht. Aktuell ist davon nichts zu sehen. Die jüngste Entwicklung ist nach wie vor auch im Fünf-Minuten-Chart nach oben gerichtet. Dementsprechend die Idee, dass mögliche Korrekturen nach unten, also schwache Bewegungsrichtungen nach unten, nach wie vor eher als eine Einladung gelten für ein bisschen geht doch noch, oder? Da kriegen wir doch noch mal was hin. Also vergleicht immer starke Bewegungsrichtungen und schwache. Vorsichtig, das ist ein bisschen hier vielleicht fälschlich interpretierbar, weil das ist die Nacht. Da ist natürlich immer weniger los. Trotz alledem, die Bewegungsrichtung ist klar, die Stärke ist ganz klar unterscheidbar von der Aufwärtsrichtung und dementsprechend ist da schon nachvollziehbar gewesen. Ja, so ganz schlimm kann das aktuell nicht werden. Da ist die Chance für einen Anstieg durchaus gegeben. Denkt an die Zwischenhochs für Einstiege und daran sollte sich auch nach wie vor nichts ändern. Ändern würde sich etwas, wenn der Kurs doch noch im Laufe des Nachmittags oder Abends irgendwann mal die Schärfe nach unten bekäme. Also richtig auf die Geschwindigkeit nach unten aufbauen und anschließend dann korrektiv nach oben geht. Das wäre das andere Szenario, dass vielleicht heute im Laufe des Abends noch Gewinnmitnahmen einsetzen und wenn wir das noch heute miterleben, böte sich vielleicht sogar noch mal ein Short. Weiß nicht, ob das heute jetzt noch drankommt. Kann natürlich auch sein, dass wir heute so ein bisschen austoppen und dann am Montag erst dann diese Bewegung passiert für die Abwärtsseite. Ausschließend will ich das nicht. Wenn das der Fall wäre, also wenn alles so aussieht bis dahin sozusagen, dann, ihr erinnert euch sicherlich, wäre das für mich ein möglicher Short Trigger für noch mal das, was wir da haben, mit Chancen auf noch mehr. Das wird man dann sehen, wie er dann da reagiert. Aber man hätte einen guten Einstieg schon mal hier in diesem Bereich und könnte dann versuchen, da reinzukommen. Aber noch ist das nicht zu sehen, denn noch fehlt das. Wir haben das ja ganz häufig gesehen im Markt, dass man eigentlich davon ausgeht, dass der Kurs dreht. Markus Fugmann beispielsweise hat in seinen vielen Videos berechtigte Zweifel am Bullenmarkt, berechtigte Gründe auch geäußert, warum man fundamental durchaus drehen sollte. Aber für uns als Händler ist es eigentlich ganz gut, wenn man sagt, jawohl, aber ich möchte sehen, dass sich das Ganze bestätigt. Also insofern, die Abwärtsseite, das teile ich durchaus, die steht voraus. Aber solange der Markt nicht wirklich dreht, halten wir uns da entsprechend natürlich zurück, warten ein bisschen ab und dann gehen wir rein, wenn der Markt dann die ersten Schritte in diese Richtung unternimmt. Und das scheint ja offensichtlich aktuell und in den letzten Tagen noch nicht wirklich der Fall gewesen zu sein. So, gucken wir auf den S&P 500 und ihr würdet sagen, ja mach mal. Ne, das ist schon der S&P 500. Der Verlauf ist nahezu identisch. Deshalb müssen wir da nicht großartig irgendwie was anderes sagen. Vielleicht ein kleiner Nachsatz nochmal. Wenn wir im 4-Stunden-Chart gucken, schaut mal diese scharfe Abwärtsbewegung an und diese knapp überschneidende Bewegung nach oben. Hier habe ich immer noch die Möglichkeit für die Short-Seite, wenn er hier durchgeht, das ist allerdings unten bei 3.000, was haben wir denn da, 3.900 sagen wir mal so circa. Nicht jetzt auf dem Schnaps genau, sondern auf diesen Tief müsste das genau nochmal nachmessen. Allerdings ist der Anstieg, den wir inzwischen haben, so hoch, dass wir dabei gerade an die 78.6er Marke gekommen sind. Vorsichtig! Die 78.6er Marke ist kein Ding, da dreht er jetzt 100 Prozent. Das ist grober Unfug, das ist nicht gesagt. Aber es wird immer weniger wahrscheinlich, dass je mehr der Markt steigt, dass der Markt jetzt in einer schnellen Abwärtsbewegung ist, je mehr wir da drüber gehen. Es ist jetzt schon relativ hoch. Ich mache nochmal die anderen Fibomarken mit rein, zumindest mal die 61.8er. Ihr erinnert euch, ich male häufig hier so eine Box rein. Also die habe ich jetzt nicht exakt gemalt, aber irgendwie so eine Box da, seht ihr das? Und die geht bis zu 61.8er und so ein bisschen drüber. Aber je mehr wir diesen Bereich verlassen, Richtung und sogar über die 78.6er, beim S&P Future liegt die bei 4.096 ungefähr, je mehr wir da drüber gehen, desto weniger realistisch ist das und desto wahrscheinlicher ist es, ach komm, jetzt sind wir so hoch gestiegen, dann toppen wir diese Marke auch nochmal aus. Also ich halte das für gar nicht so abwegig, dass wir das hoch, was wir am, was war es, 13. Dezember hatten, 13. Dezember, dass wir das tatsächlich nochmal angreifen und darüber hinaus gehen. Meine insgesamtige Erwartung ist trotzdem irgendwie nicht so richtig glücklich mit diesem Anstieg. Selbst wenn er hier nochmal drüber geht, ich traue es ihm ohne weiteres zu, wäre ich vorsichtig mit ab jetzt definitiv Bullish, denn dieses Gesamtszenario gefällt mir noch nicht. Aber was soll ich über die Short-Seite reden? Solange es keine Short-Trigger gibt, die getriggert werden, also ausgelöst werden, kann ich Short noch so sehr toll finden, werde ich keine Short-Position zumindest mal eröffnen. Also insofern, da ist Warten vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Ich halte es für sehr realistisch, dass das irgendwann passiert, aber ich möchte sehen, dass die anderen auch Bock dazu haben. Ich möchte nicht der alleinige sein, der da auf der Short-Seite unterwegs ist. So, also ich habe euch genügend Gründe genannt, warum vorläufig Short noch nicht der Burner ist. Wenn das passiert allerdings, solltet ihr mindestens mal ein Zwischendurch-Short machen, auf welcher Zeitebene auch immer ihr diese Verlaufsmuster habt, wenn er das entsprechend triggert. Gucken wir auf den Dow, einige haben es sich gewünscht, ich dachte, ich hätte das eigentlich immer drangebracht. Der Dow, hier die letzte starke Bewegung im 4-Stunden-Chart, auf jeden Fall abwärts. Die Aufwärtsbewegung, überlegt selber, ist das 3-wellig, 5-wellig, wie sieht das aus? Eigentlich ist das korrektiv. So, jetzt müssen wir als nächstes gucken. Ihr erinnert euch, wie ich da mal drauf gucke? Höchster Punkt, tiefster Punkt. Und, haben wir den tiefsten Punkt, ja. Und wer genau hinguckt, sieht, oh, jetzt ist für mich der Short gerissen. Also Short wäre eigentlich, wenn der Markt diese Marke durchgeht. Aber wenn wir diese Marke durchstoßen, die 78, das hört ihr immer wieder mal von mir. Wenn der Markt diese Marke durchstößt, ist dieses Short-Szenario nicht mehr so richtig der Burner. Das liegt an den Wahrscheinlichkeiten. Wenn diese Marke erreicht wird, ist dieses Bild immer noch möglich, aber eben längst nicht mehr so wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür deutlich geringer. Und, ein zweiter Grund, warum ich das hier als ein Short-Setup sowieso nicht mehr toll finde, das Chance-Risiko-Verhältnis ist im buchstäblichen Sinne unterirdisch. Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also, obwohl ich insgesamt mir Short immer noch gut vorstellen kann, egal ob das dann jetzt vielleicht irgendwie noch einen Umweg fliegt oder sonst irgendwie was macht, Das kann ich mir grob immer noch vorstellen, dass das passiert. Ich werde einen Teufel tun, jetzt hier vorauseilend unterwegs zu sein. Im Gegenteil, jetzt wo wir diese Marke durchstoßen haben, sehe ich eine ganz gute Chance, dass wir sogar das hier nochmal toppen, da drüber gehen. Also, sprich, auch hier das Mitte Januar hoch war es beim Dow, nochmal durchstoßen, also 34.500 wahrscheinlich nochmal nach oben toppen. Würde mich nicht wundern. Und erst, wenn wir hier Intraday oder von mir aus auf längere Zeit so etwas bekommen. Oh, vielleicht kommt das. Genau, das habe ich gestern schon mal gezeichnet. Vielleicht sowas. Auch das habe ich gestern gezeichnet und getriggert werden. Das habe ich gestern hier irgendwo gezeichnet. Ich frage mich jetzt nicht mehr, wo. Einzig und allein, das ist nicht passiert. Und getriggert hat er schon gar nicht. Also, tolle Short-Idee. Aber solange er sie nicht triggert, nehmen wir sie nicht mit. Umgekehrt, wenn er wieder steil hoch geht, wackele ich runter. Na ja, dann können wir ja nochmal überlegen, ob man long geht. Denn Schubrichtung ist immer die spannende, die wir gerne handeln wollen. Abschließend vielleicht nochmal einen Blick auf den DAX. Der hat heute immer noch die Aufwärtsrichtung. Man kann über die Aufwärtsrichtung geteilter Meinung sein, aber sie ist nun mal existent. Geteilter Meinung deshalb, weil die Gegenbewegung, so richtig, ist das eine schöne, Aufwärtsbewegung. Also, dass ich richtig feuchte Hände kriege vor Freude, weiß ich nicht. Den Eindruck habe ich nicht. Aber insgesamt, die Aufwärtsbewegung, so korrektiv sie aussieht, noch steigt sie. Und solange wir hier im Kleinen das sehen und vielleicht später das, sind das long Szenarien. Nur wenn sich das irgendwann mal ergibt, dass der Kurs dann steil runter geht und wackelig hoch geht und triggert. Das ist immer ganz wichtig. Das Wackeln alleine reicht mir nicht. Nicht, dass ihr sagt, oh das wackelt, da gehe ich hier schon mal einfach mal prophylaktisch short. Das halte ich nicht für so sinnvoll. Lasst den Markt erstmal da durchstoßen. Dann habt ihr viele Fehlsignale weg. Ich kann euch versichern, dass diese Ideen, die ich euch jetzt hier anheim stelle, nicht garantieren, dass ihr nur noch Gewinner macht. Aber die Chancen, dass ihr auf der Gewinnseite seid und die Chance-Risiko-Verhältnisse sind bei dieser Idee attraktiv hoch, sodass man daraus eine Menge schöne Trades machen kann, je nachdem, wie ihr euch die gestalten wollt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ich habe vorhin euch noch einen Gold-Trade vorbereitet. Mal gucken, was als nächstes noch so alles kommt. Egal für was ihr euch entscheidet, euch alles Gute, ganz liebe Grüße, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Beitrag.